ja Kami und Selfies sind noch auf ja Selfies ist jetzt drin aber Kami noch nicht nein bei mir lädt es noch da dann jetzt ist er aber drin jetzt bin ich hier, oder? mal kreue, mal schau, was haben wir denn hier gutes ey du Sack oh oh ja da hat einer Spaß, was? ja auf jeden Fall, ne? das ist wie ein Vergnügungspakt für kleine Kinder nur halt anders ja mit ein bisschen mehr Wumms, wenn du verstehst, was ich meine oh ist das da vorne ne Kirche? warte ne Kirche, wo? weißt du, das sah irgendwie so mit diesen Gmelden und sowas hier aus ein bisschen, ne? also wenn, wenn du so von der Entfernung reinschaust, sieht es wirklich so ein bisschen, finde ich aus wie wie, wie so ne Kirche, von der Wand her und so, weißt du? ja aber ne wo sind wir denn jetzt? Self ist dann einfach stehen auf warte 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 ja ich ich wir zurück wir zurück, wir zurück den Molotow jetzt ach so, ja ne ja danke wir hätten auch einfach dran vorbeigehen können ja, hätten wir auch, aber es wäre doch sonst nicht gewesen das war mein, oh ja wir haben ja das das war mein oh ja es ist es ist meins es ist es ist meins ich wollte das doch haben das Das ist meins! Kennst du das? Äh, bist du bereit? Warte! Jetzt ist es schon zu spät. Oh Gott! Äh, die kommen von hier hinten! Leute, Leute, Leute! Hilfe! Nicht zu schnell mit den LG schießen, weil sonst macht es hier so Überhitzung. Egal! Haut auf die Scheiße! Geil, ich dürfte auch noch ein bisschen öffnen. Äh, ich mache hier jetzt schon was, falls dir nicht aufgefallen ist. Aber jetzt nur gerade, wohin wir hier gehen, dass wir hier was öffnen müssen, weißt du? Irgendwie so ein Park oder so, aber keine Ahnung. Ja, wir müssen da durch. Warten, ist schon offen? Ne, ach scheiße. Noch nicht. Doch, natürlich, du können. Ach so. Ah, danke. Ja, kein wegen, dafür bin ich ja da. Ja, richtig. Couch, komm. Ich glaube, er hört dir nicht so zu. Was machen diese ganzen Pavillons hier? Oh, hier, hier ist ein Rollstuhl. Ey, du hast gar nicht... Oh, ne. Hör mal, ist das jetzt die Kirche oder... Oh, das ist ein Charger. Das sieht aus wie ein... Turm oder so, oder? Oder wie eine alte Festung. Ja, eben, ich wollte gerade fragen. Wie eine alte Gurg, ja. Deswegen wahrscheinlich eben auch dieses Tor da. Oh, ein abgestürzter Hubschrauber. Na ja, passiert, ne? Und hier? Hat er die Ausbildung zum Piloten so ganz ernst genommen? Hm. Oh, das ist gar nicht. Oh, ne. Na, die brauchen wir ja nicht. Oh. Soll ich gerade sage, ich hab da also einen Bub auf. Du glaubst. Du hast nur geglaubt. Mann, 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 Mann. Leute, wie wärst du mit ein bisschen Unterstützung? Hallo, ich hab hier schon mal hingeworfen, ja. So, ja, gut, dann passt es dir. Also, ich hab das halt nicht gesehen. Sehr leid, ja. Verzeihst du mir? Okay. Dann deck mich. Na okay. Moment, Moment. Das ist komisch. Was jetzt? Ich hab Angst. Ja, was... Moment, warte mal. Ich kann ja nie lesen. Können wir mal da reingehen in dieses Ding hier? Komm mal ja. Ja, ich... Das Wasser hier grün, das ist ja eklig. Ja, hallo, hallo, ich... Ich wollte woanders hingehen. Ach so. Hm. Ich hab nicht auf den Namen geschaut. Jetzt hält das noch. Ja, toll. Ja, hier kann man nichts machen. Dann müssen wir doch hier durch, wo ich war. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. An diesem coolen Punkt vorbei. Halt den unbedingt mal fest. Ich find den sehr, sehr schmutzig. Uuuuuh. Sexy. Schwarzes Wasser. Das find ich voll... Erregend. Nicht. Oh, Mann. Ich dachte... Da ist, da ist noch ne Tür. 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 Da war ein Käfige. Da ist auch ein Fein an der Wand, wenn du genau schaust. Oh, Mann. Oh, geil. Ja, ISM. ISM-Style. Geil. Oh, die bewegen sich sogar. Okay, gut. Der bewegt sich nicht. Aber der hier oben schon. Oh, ein Charger. Da liegen sogar Zombies drin. Was ist für ne kranke Scheiße, man. Die müssen ja irgendwie reingekommen sein. Reingesperrt bewegen sein. Wer? Wer? Da oben im ersten Tätig ist ein Zombie drin. Das heißt, es war mal ein Mensch. Das heißt, hier hat dann wirklich jemand eingespielt. Naja, aber vielleicht auch. Kennst du das im Film Hostel? Ja, nein. Nein, nein. Hier ist aber auch jemand. Die Center. Da oben war er drin. Hier runter, Leute. Ich denke mal, dass so Hostel vielleicht auch nicht so ganz unbegründet ist, so eine Story. Hier stimmt alles. Oh. Oh. Okay. Was soll? Einfach mal durch. Vielleicht kommen wir dazu hin, wenn wir noch weiter runterlaufen. Na ja, kann nur sein. Ganz abwegig ist es nicht. Hey, ich krieg gleich nen Drehwurm. Da komm. Oh, oh fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War jetzt nicht so gut. Mein Messer. Na meine. Leute. Naht. Naht, das macht auch ein Tank relativ viel Schaden. Oh man, hart. Oh man, hart. Ja, das war jetzt echt grad ein bisschen hart. Wir sehen jetzt in der Kanalisation so wie es aussieht. Abzurecher hier. Ja. Hier gibt's so eine schöne Combat Shotgun. Äh, hallo? Bist du eigentlich wahnsinnig? Ja, mir ist langweilig. Ihr habt ein bisschen. Ey, guck mal hier ist das Wasser genau so sexy wie oben. Was schön ist, wenn man nicht direkt drauf leuchtet, dann sieht es sogar ganz normal aus. Man muss sich einfach vorstellen, es ist normal. Dann sieht man den wahren Inhalt des Wassers. Mal aufmachen? Ach, da ist ja auch ein Pfeil. Ja. Weiter geradeaus. Ja. Ja, aber ich muss also... Also mit dem Tank gerade eben, das war echt gut. Ich muss sagen, bisher finde ich... Oh, what the... Die, äh, die Kampagne finde ich bisher ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Nicht rein! Ich wollte rüberhüpfen. Oh, an L60. Aber wir müssen wahrscheinlich hier... Auch hier, ihr gut zu ihr ins Wasser. Oh. Oh. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Achtung, achten, scheiße. Was geht denn jetzt? Ey, das hab ich auch noch nicht gesehen. War ja unten eben krank. Boomer, kann das sein? Und aus dem Charger. Oh. Danke, 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 Rutsch. Medikit. Deinemann, no. Verpisst dich doch! Hehehe. Gebe meine Medikit vieler, man. Alter! Hehehe. Sack. So... nun sportlich in der Kirche die Witsch wo bei guter Spaß wird 850 die vielleicht die Bombe gekauft werden und explodieren das war Prokop Kommen. Dankeschön. Oh. Hier wäre die M60 vom Vorteil gewesen. Ja. Oh, Entschuldigung. Willst du eigentlich mal ein paar Pillen haben bei mir? Wer ist? Ja. Äh, kommt drauf an, in real life würde nichts. Dankeschön. Bitte. So, äh, oh, das ist beim Selfroom. Oh, guck mal hier. Wir wurden schon 17 böse Menschen getötet. Zombies vermutlich. Tschüss. Och, die doch sterben irgendwie. Wollen wir mal, ich heimisch nochmal mal kurz. Hey, die Stand M60. Tu das genau, ich glaube mal... Da war, da war gerade jemand. Da, da war jemand. Das...